Schon bald starten wieder tausende Läuferinnen und Läufer zu den sogenannten 10 schönsten Meilenvor-Welt-Organisatoren, so schön zu sagen, zum Grand Prix von Bern. Und ein paar von diesen Joggerinnen und Jogger holen sich heute Abend noch den letzten Schliff. Und zwar nicht bei irgendjemandem, sondern bei der ehemaligen Profiläuferin, bei der Anita Weyermann. Anita Weyermann, was steht heute auf dem Programm für die Läufer? Ja, heute Abend machen sie zuerst ein Einlaufen, dann machen wir ein bisschen Laufschuh. Also wenn man eine gute Lauftechnik hat, kommt man natürlich auch ein bisschen schneller ans Ziel. Und vor allem ist es weniger belastend für den Körper. Also man kann mit einer guten Technik auch Verletzungen vorbeugen. Dann machen wir etwas, das es noch ein bisschen schneller machen sollte für den GP. 5x2 Kilometer, jeder in einem Tempo, das leicht schneller sein sollte, als er dem GP täckeln möchte. Weil dort sind ja über 60 Kilometer ohne Pause. Und dann ein kurzes Auslaufen. Und das Training allein nutzt natürlich noch nicht, dass sie am GP schneller sind. Wir werden jetzt noch jeden Dienstag bis zum GP hier trainieren. Und zudem haben sie Hausaufgaben, die sie zu Hause noch machen müssen, weil einmal in der Woche ist zu wenig. Die werden richtig gedrillt, oder? Aber die kommen ja freiwillig. Das ist schon mal gut. Für die, die jetzt nur zuhören, was würdet ihr so den Leihenläufer quasi als letzten Tipp mit auf den Weg geben? Wie sollen sie sich noch vorbereiten? Ja, jetzt sicher noch trainieren bis eine Woche vorher. Und in der letzten Woche, da kann man eigentlich im Training nicht mehr rausholen. Aber gerade in Stuhl liegen auch nicht. Also man muss einfach noch etwas machen, dass man sich gut fühlt am Start. Aber das Training, um schneller zu werden, das muss eine Woche vor dem GP abgeschlossen sein. Und wenn man jetzt anfängt, ist es eigentlich zu spät. Also man sollte auch schon im Winter etwas gemacht haben, damit man einen erfolgreichen GP in vier Wochen machen kann. Für das einem da nicht alles weh tut, oder? Nach diesen 16 Kilometern. Jetzt die Vorbereitung ist ja zu Ende, der Lauf ist zu anderen. Wie soll man diese 16 Kilometer einteilen? Ja, der GP verleitet natürlich zum zu schnell starten. Also es geht am Anfang gerade den Aargauer Stalden ab. Auch ich sage immer, trainieren sie im Training. Rennen sie nicht immer nur flach oder bergauf, sondern auch mal runter. Und das ein bisschen zügig, weil sonst geht es erst recht in die Beine, wenn man es sich nicht gewann ist. Und geben dort nicht Vollgas. Also starten sie noch ein bisschen mit Reserven. Weil am Anfang bergab, ein paar Sekunden gewinnen, das ist einfach. Aber macht einem vielleicht die Muskeln kaputt. Und am Schluss die paar Sekunden schnell den Aargauer Stalden aufsäcklen. Wenn man noch mal hat, hat man die Sekunden schnell drin. Aber wenn man dort nicht mehr macht, dann verliert man dann viel Zeit. Eben, hoch muss man ja den Kölben Aargauer auch wieder riechen. Jeder, der schon mal gesäckert ist, weiss auch, dass ich dort noch mal alles rausholen muss. Was ist dort der goldige Tipp von euch? Ja, diesen Spruch kennt man, glaube ich. Dort geht es wirklich noch mal noch gering ab. Und da tut es jedem weh, wenn der Grand Prix wirklich so schnell, wie er kann, fertig machen. Und dort muss man sich einfach noch ins Füdle klemmen. Wenn man dann endlich mal oben beim Rosengarten ist, dann geht es ja nur noch flach, leicht runter ins Ziel. Aber dort heisst es einfach noch durchbeissen. Ihr habt es gesagt, Ringab und Sekle ist der Spruch, der dir so ein bisschen bekannt wurde. Natürlich auch die sportlichen Erfolge. Profi Karriere ist abgeschlossen, aber Läuferin, ich glaube, das bleibt mir ein Leben lang. Ja, also Sekle, das ist noch etwas, das ich immer noch gerne mache. Am Gebehe wird ich aber nur als Zuschauerin und Persiegererung, also, ja, für die Medaille jetzt übergeben, dabei sein. Wie viele Kilometer spulen ihr eigentlich noch ab in dieser Woche? Ich meine, ihr seid die Mutter, die arbeitet, wie habt ihr noch Zeit? Ja, einen Kilometer rechne ich eigentlich nicht mehr. Ich schaue, dass sie immer mindestens zweimal pro Woche zum Säckchen kommen, manchmal sind sie so dreimal, je nachdem, was sie sonst noch machen, ein bisschen weniger. Letzte Woche war ich für eine Laufwoche in Sardinien und da spule ich immer so viele Kilometer ab, für sonst nie im Jahr. Jetzt noch einmal zurück zum Gebehe, das Training heute, denkt ihr, es ist, weiss doch nicht, besonders motivierend, da eben von einem Profi quasi die letzten Tipps zu bekommen oder was geht ihr denn auf den Weg? Ist das so irgendwie mental oder keine Ahnung? Ich denke, es ist vor allem einfacher, wenn man ein Herztraining nicht alleine machen muss, wenn man es in einer Gruppe machen kann. Und ja, so findet jeder wahrscheinlich heute Abend etwas jemanden, der dann auch pushet. Und die meisten, die kommen, finden das eben auch cool, dass man ein Training, das mal ein bisschen schneller ist als das Gebehe-Tempo, das ein bisschen wehtut, dass man da eigentlich von den anderen motiviert wird. Das geht viel einfacher. Es ging mir auch früher immer einfacher, wenn ich Trainingspartner hatte und das ist eigentlich das Ziel. Weil es gibt auch solche, die jedes Jahr wieder kommen, für den letzten Schliff zu holen vor dem GP, aber vor allem, dass sie die Härte-Training nicht alleine abspulen müssen. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, wieso sollte ich mich für eine GP anmelden? Also sprich, was gibt einem solchen Lauf? Ja, vor allem, er macht den Feiten. Meistens ist es einfacher zu trainieren und auch regelmässig zu trainieren, wenn man ein Ziel hat. Und der ist eigentlich mit dem Training, also mit dem Weg her, haben sehr viele, schon einen grossen Teil vom Ziel erreicht. Und dann ist es natürlich umso cooler, wenn man das mit einem guten Ergebnis abschliessen kann. Und der Gebehege sagen immer, es sollte nicht so sein, dass man dann wieder ein Jahr Pause macht, sondern das Lauftraining. Da braucht man eigentlich ein bisschen länger, für fein zu werden, als wenn wir einen Monat vorher, also dann sich ein bisschen Pause gönnen, aber dann auch schon gleich wieder anfangen mit dem Training, weil wenn man mal über ein Jahr aufbauen kann, ist man dann sicher in einem Jahr am GP 2019 noch schneller. Dann kommt man endlich mal auf einen grünen Zweig. Der Grand Prix von Bernda ist dann am 19. Mai, Samstag 19. Mai. Und hier jetzt also noch die letzten Trainings, die Anita Weyermann leitet.